Nein, das war nicht gut. Oh Gott. Naja, ich höre diese Melodien halt unheimlich gerne. Deswegen mache ich das jetzt mit Absicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier total verkacke. Nein, das wäre... So, jetzt aber. Hui! Und durch da. Schleim! 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 Ups. Hä? Ah, wie ging dieser Schleim kaputt zu kriegen? Hm? Achja, ins Licht. Kommt her. Kommt her. Ihr kleinen Wichsknobbel. Kommt her. Wo kommst du hoch? Da. Ahja. Machen wir was anders. So. So, ihr kleinen Wichsknobbel. So. Hier ist eine Kiechstelle. Aber die kriegen wir wahrscheinlich erst später aus. Weil ich glaube, ich weiß, was man hier bekommt. Und das ist sehr cool. Ah. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Vielleicht. Aber ich glaube, man musste die mit Licht anstrahlen. Deswegen bin ich gerade ein bisschen... Nicht mal ein Winn auf dem Herd. Ah. So geht das. Tada. Ich wusste doch, es funktioniert. Ich wusste doch, dass der Link nicht irgendwie total erblindet, wenn er in so eine Kiste guckt und da kommt so ein Lichtschwall raus. In so einem dunklen Tempel so. Ah, meine Augen. Das wäre dann schon cool, wenn da irgendwas Nützliches drum wäre, wie eine Sonnenbrille oder so. Und weiter. Ja, es kommt mir sehr bekannt vor und ich fand's scheiße. Hupsch. Ich glaube, hier kommt man runter. Wow. Müssen wir mal gucken, ob wir diesen Schwab von Schmock oder was das ist, einfach mal ein bisschen wegkriegen. Komm mal an. So, genau so bleiben, bitte. Dann holt der kleine Link nämlich seinen großen Hammer raus. Ups. Freizeit nicht. Nein. Ah, ich hab Kacke gezählt. Oh, liebe ich das. Da müssen wir halt nochmal das neu machen, meine Güte. Immer diese kleinkarierten Sachen in diesem Spiel, das ist ja furchtbar. So, wenn's jetzt nicht geht, dann aber... So, mitkommen. Da lang. Dieser Hammer ist super. Ist hier irgendwas drin? Da nicht. Da auch nicht. Ja, ich wusste, das wird so einfach. Das ist so ein dicker Block, wofür können wir den denn gebrauchen? Egal. Aha. So läuft der Hase. So, mein treues Helfer-Li. Ah, ich denke mal hier Rolle machen, damit man schneller laufen kann. Dann stellen wir uns direkt mal hier drauf. Müssen wir das nämlich nicht zweimal machen, die Melodie. Und weiter. So. Ein kleiner Schlüssel, ich hab's mir gedacht. Ja, ja. Gehen wir erstmal hier durch. Guck mal, was hier ist. Los. Schön. Bestimmt irgendwie... Oh nein. 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 Los. Trag sie. Und hau ab. Oh, sieh ich diese Hände. Ich hasse sie. Wieso sind die auf einmal da? Was wollen die von mir? Ich kaufe nix. Ja, ich wollte dich nicht werfen. Ja. Was mein, sag. Schleim. 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 Ja. Ich mach's alle fertig. Oh na ja. Ich hab's noch mehr von der Decke geschnoddert. Ja, ehrlich. Ich glaube, wenn die mich jetzt angreifen, ist dieses Poppenspiel vorbei. Das war also eher unpraktisch, oder? Ne, das war ein Witz, ne? Ach, ich muss die erstmal zu Stein erstarren lassen, aber es geht nicht, solange ich hier kein Licht habe. Scheiße! So, geht doch. Kommt her! Mietz, 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 mietz! Mietz, 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 mietz! Mietz, mietz, mietz! Und weg hier. Ups. Ich denke mal, wenn ich stehen bleibe, dann ist das Ablegen. Naja. Da knubbelt sich der Schnodder unten. Boah, wir gehen jetzt einfach weiter. Och nein! Nein! Komm her. Ich hasse es, gegen diese Hände zu kämpfen. Ich hasse es, abgrundtief! Aber so kommen wir jetzt nach anfänglichen Schwierigkeiten doch relativ gut voran. Ja. Gott sei Dank. Erstmal zurück. Nein, das wollte ich nicht machen. So. Du hier dran. Ja. 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 Ich hab' der super. Ich hab' ne Idee. Vielleicht... Hätte ich das auch direkt machen können, aber so ist es... So ist es einfach toller. Dann kann ich die Melodie nochmal hören. Ja. Nur deshalb. Ja, man müsste das auch treffen. Okay. Oh shit. Das will ich auch kaputt machen, einfach weil ich's kann. Hier hinter uns auch noch was. Ja, man. Diese Töpfe waren dazu da, um anfang'n zurückzukehren, oder? Also ich bin mir grad' nicht sicher. Ja. Hä? Wo macht'n die jetzt von mir ab? Was hab' ich ihr getan? Ähm, okay. Ja. 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 Wir haben nen Kompass. Oh yeah. Das ist super. Ich neige dazu, Dinge schnell zu verlieren. Vielen Dank.